Jasmin Wagner wird mit über 40 Mama und weiß das auch zu schätzen. Die Sängerin, die in den 90er Jahren unter dem Namen Blümchen bekannt wurde, verkündete im Juli ihre erste Schwangerschaft, kurz nach ihrer Scheidung. Jasmin, 42, war fast ein halbes Jahrzehnt mit Frank Sippel verheiratet, die beiden blieben während ihrer Beziehung aber kinderlos. Mit ihrem neuen Partner scheint sie jetzt die große Liebe gefunden zu haben und gleichzeitig auch den Vater ihres Kindes. Der Zeitpunkt für die Schwangerschaft ist für die 42-Jährige perfekt. Die Herz-an-Herz-Interpretin sieht vor allem die positiven Seiten des späten Mutterwerdens. Fear of missing out, also die Angst, etwas zu verpassen, wird sich bei mir nicht.